Es geht weiter mit Mitri und der Musik von heute. Wir haben richtig tolle Gäste aus Mexiko, richtige Superstars. 1,5 Millionen verkaufte Tonträger, gehen jetzt auf Europatour, machen vorher einen Abstecher bei uns. Rodrigo y Gabriela sind bei uns. Und aus ihrem neuen Album hören wir jetzt Terra Centric. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Rodrigo y Gabriela, wir hören später noch eine Zugabe. Gott sei Dank ein bisschen Gypsy, ein bisschen Flamenco, ein bisschen Rock und ein bisschen Wahnsinn. Freuen wir uns auf die Zugabe. Unsere Kollegin hat schon gesagt, die spielen wie Götter. Jetzt geht es erst mal weiter mit den Nachrichten. Kurz und kompakt von Aline Aboud. Guten Morgen. Guten Morgen dorthin. Das ist die neue CD von Rodrigo y Gabriela. Richtige Superstars in Mexiko. Und heute bei uns auf Europatour sind sie bald und machen kurz Stationen bei uns. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie haben schon mit Hans Zimmer für den Soundtrack Fluch der Karibik zusammengearbeitet. Da fragt man sich natürlich, wie das kommt. So, you work together with Hans Zimmer for the soundtrack for the motion picture of Pirates of the Caribbean. So, how did this come? Das war großartig. Ich meine, ich weiß nicht, er ist ein Musik-Lover. Und ich glaube, er ging zu einem unserer Shows in L.A. Und dann, ja, er war zuerst die Rekordung. Und es war eine gute Erfahrung, mit ihm zu arbeiten. Also haben sich in L.A. getroffen. War eine große Erfahrung mit Hans Zimmer zusammenzuarbeiten. Mexikaner, die nach Irland ziehen, muss man natürlich fragen, warum und die Antwort ist im Grunde, um es kurz zu fassen, warum eigentlich nicht. Und da werden Sie wahrscheinlich auch dann spielen auf Europatour. So, what will be your favorite place when you will be on a European tour? I don't know. I mean, we love Europe. We live here for 10 years. And, yeah, we love Germany. We love France. I mean, it's great to be here. And we are very grateful. Spielen bald in München, auch in Berlin, sind dann aber wirklich nur die ganze Zeit unterwegs. Und ich kann Ihnen das nur empfehlen, weil das ein wirkliches Ereignis ist, was die auf dieser Gitarre alles fabrizieren und spielen. So, what we are going to hear now from the new one. Meta-Evolution is the name of the album and the name of the first single and the track. And so what is it about? Meta-Evolution is a combination, is a word that we made up. Meta is a form of meditation, a buddhist meditation, which translates as compassion. And evolution is for us is like evolution through compassion. It's kind of the... Okay, also das hat sehr viel Esoterisches, muss man sagen. Wir hören jetzt Meta-Evolution und freuen uns sehr auf Rodrigo y Gabriela. Ihnen wünschen wir viel Spaß und sagen auf einen neuen Tag morgen im ZDF-Morgenmagazin. Genießen Sie den Donnerstag. Tschüss. Applaus Ja. Ja. Musik 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 Musik